E. Wann und warum sagen die Spanierer E? De una manera E. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Español con Vicky. Yo soy Vicky y soy profesora de Español. Während meines Studiums als Spanischlehrerin habe ich einige interessante Dinge entdeckt, die sind vielleicht auch für dich interessant. Ist dir aufgefallen, dass Spanier oft E sagen? Eh, le hice como ocho Versiones. Eh, eh, ese tema, eh, para el mismo tiempo... Deutsche tun das nicht, aber sie sagen etwas anderes. In diesem Video werde ich dir erklären, wieso, weshalb, warum. Die Spanier sagen oft E. Es gibt zwei sehr häufige Situationen. Número uno. Wenn du ihnen eine Frage stellst und sie die Antwort nicht wissen, dann sagen sie erst mal E. Zum Beispiel, wie heißt die Hauptstadt von Argentinien? Sie sagen erst mal E. Übrigens, die Hauptstadt von Argentinien ist Buenos Aires. Número dos. Wenn sie sich unterhalten und darüber nachdenken, was sie als nächstes sagen werden, sagen sie auch E. Aber warum E und nicht A oder I oder O? Jede Sprache hat eine andere Aussprache. Auf Spanisch ist die Aussprache mehr nach außen gerichtet. Der Mund bewegt sich anders, als wenn man Deutsch spricht. Zum Beispiel, casa, bueno, rojo. Ist alles wie offen und nach außen. Im Deutschen ist mehr mit der Kelly nach innen gerichtet. Haus, gut, rot, etc. Die Anfangsposition beim Sprechen ist unterschiedlich und im Spanischen ist die Anfangsposition E. Von dieser Position aus kannst du viele Worte einfacher sagen. Wenn du mehr Videos mit Kuriositäten wie dieser sehen möchtest, gib mir ein Like und hasta la próxima.